Hallo, ich begrüße dich bei Learning Level Up. Thema dieses Lernvideos sind Aldehyd-Dehydrogenasen. Die Aldehyd-Dehydrogenasen, kurz ALDH, umfassen mehrere Gruppen von Enzymen, die im Stoffwechsel vieler Lebewesen Aldehyde oxidieren. Aldehyde sind chemische Verbindungen mit der funktionellen Gruppe CHO, die auch Aldehyd-Gruppe genannt wird. Bei Menschen gibt es verschiedene Formen der Aldehyd-Dehydrogenase, die teilweise deutliche Unterschiede in ihren Aminosäuresequenzen aufweisen. Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen, in ALDH1, ALDH2 und ALDH3. Die Aldehyd-Dehydrogenasen kommen hauptsächlich in der Leber vor. Dort findet man sie entweder im Zytosol, als ALDH1 oder in den Mitochondrien als ALDH2. Bekannt sind sie vor allem als alkoholabbauendes Enzym. So schützt das ALDH das Gewebe und die Zellen vor der schädigenden Wirkung von Alkohol. Die Infografik zeigt den Prozess der Entgiftung von Stoffwechselprodukten des Ethanols. So wird Alkohol durch das Enzym ALKOHOL-Dehydrogenase, kurz ADH, in das toxische Acetaldehyd umgewandelt. Im zweiten Schritt kommt es durch die Aldehyd-Dehydrogenase zur Oxidation des toxischen Acetaldehyd zum nicht-toxischen Acetat. Das Wichtigste noch einmal kurz und knapp zusammengefasst. Die Aldehyd-Dehydrogenasen umfassen mehrere Gruppen von Enzymen, die im Stoffwechsel vieler Lebewesen Aldehyde oxidieren. So wird Ethanol innerhalb des Stoffwechsels von Alkohol-Dehydrogenasen in das toxische Acetaldehyd umgewandelt. Durch ALDH kommt es zur Oxidation des Acetaldehyds zum nicht-toxischen Acetat. Wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Chemie-Playlist. Unsere Lernvideos kannst du übersichtlich geordnet abrufen unter folgendem Link. Also bis gleich bei Learning Level Up!